...anladen, AIDA. Ich werde zu gern wissen, ob die AIDA eine... ...Rude noch kriegt, eine dritte. Mann, wo kommt dieses beschissen Geräusch jetzt andauernd her? Was macht mir Angst? Na, jetzt müsste sie sich demnächst selber mal aufladen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Traumrube. Unempfindlich gegen Angriffe. Unempfindlich gegen Angriffe? Was ist denn das für ein Blödsinn? Also Rina wird ja sowieso nicht angegriffen, weil die das blaue Band hat. Oder hat sie das? Ja, ne? Ja. Also, sie wird nicht von normalen Attacken angegriffen, bin ich der Meinung. Ich weiß nicht, verstehe ich das? Oh, sie ist schlecht ausgerüstet. Oh, sie ist schlecht ausgerüstet. Magische Robe. Ich kann ja... Erstmal will ich sehen, wie das ist, wenn sie die nächsten Treffer abkriegt. Also, ob das mit dem blauen Banz alles seine Richtigkeit hat. So, ich mache jetzt erstmal die Penner weg. Um Gottes Willen. Ich habe die ein bisschen überschätzt, die Elfen. Richtig überschätzt, Alter. Spinatsaft. Gib doch mal ein bisschen Spinatsaft her. Machen wir das mal auf... Scheiße. Das ist nicht gut, ne? Ach, Gift. Warum sollte Spinatsaft jemanden vergiften? Das ist Hirnrissig. Aber nur, achso, nur in einem Bildschirm oder so, ne? Ach, aus der ersten Reihe kann sie das direkt machen? Und ansonsten muss sie es... Ah, ich... Okay, das verstehe ich. Okay. 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 Ich bin kein Pro. Oh, mal wieder Ritters. Schmalz gewichste Rittersmänner. Wie? Was ist das? Wie ist das? Oh. Oh. Schmalz gewichste Rittersch. ㄲそして Rittersch oder Rittersch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Egal Muss jetzt so sein Okay Ja, ja, ja Was hatten wir? Können wir jetzt eigentlich mal diese Scheiße da heilen? Das geht mir auf den Sack So Noch jemand Der sich mir entgegenstellen will Hä? Okay Oh Wir sind quasi durch den Gang wieder auf den anderen gekommen Irgendwie Lieber nochmal gucken Ja, alles aufgeladen Das ist gar nichts Okay Wie kriege ich denn? Wie kriege ich denn? Wie kriege ich denn? Ach, ich könnte Heilwind machen Okay Ja, wie gesagt Ihr könnt es ja auch einsperren Vielleicht wäre sie denn jetzt nicht hier Ich weiß es nicht Hauen wir rauf, ne? Das macht keinen Sinn Das macht auch keinen Sinn Dann können wir auch genauso mit dem Todesfinger machen Attackieren wir da drauf Und Dann machen wir einmal den guten Rache Blitz Und hier greifen wir auch sie ein Autsch Eigentlich hat die gute Lucy ja jetzt schon ganz schön was in die Fresse gekriegt, ne? Und das wird auch nicht weniger was in die Fresse gekriegt, ne? Und das wird auch nicht weniger was in die Fresse kriegt gerade Ähm Gut, hier können wir nichts machen Können wir einfach mit angreifen auch Sollen wir hier noch schön 600 in einem Fall Ja, hier, ciao Wohl für den reicht wahrscheinlich auch das hier Ja, hab ich mir schon gedacht Kämpft gut, ne? So, dann wird es jetzt Zeit, unseren Jack zu heilen Und Causa vielleicht Causa Und wollen wir noch was machen hiervon? Sturmwandlung, das ist Zauber 3 Ich bin jetzt am Spürballon richtig weg Oh, nicht Nicht abstürzen Und das war auch eine sehr weise Entscheidung Alter, Lu Lucia ist aber ganz schön Ist wirklich ganz schön Böse, so Also noch haben wir Power 300 bei allen Ich weiß aber nicht, ob hier nach einem Gegner kommt Das ist das Problem Wüte regen Warum nicht? Ich baller jetzt glaube ich auch drauf Alter, was Woll in der Scheiße Okay Und blaues Tor Wenn man die noch nicht vorher hat Dann Ich bin jetzt Parfum Hm Ich bin her Ich bin animals Er Morgen Das ist miter zero Ein Oder Abb Tcha Det Was Tragen ales Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, wie ihr seht, die Lucia ist mit Sicherheit nichts Böse. So, wir machen jetzt aber kurz einen Videobreak, wegen Abstürzen und wir sehen uns sofort wieder. So, weiter geht's. Man weiß nicht, wohin, aber... Ich geh einfach mal hier lang. Bitte lass das jetzt Schwächere sein. So, weiter geht's. 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 Angreifen. So, weiter geht's. 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 Ti, George. So, wieder geht's. Receression Й, haben wir da,mentar. So, auf. kind,點 wir. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, nichtsバイ. Halt Gegenstand Sametopf Alter 500 Kann man machen So, die beiden auch Level 50 Bin natürlich neugierig und gucke gleich wieder nach, ob irgendwer eine Rune mehr hat Nein, nein So, da sind wir schon fast angekommen, ne? Oder? Ja, komm, Alter Zerkleinerung So kann man es machen, würde ich sagen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scheiße Ich glaube hier lang Ich hoffe inständig Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass das so lang war Ähm Eine Kolonne Angreifen Angreifen Zielmädchen Zielmädchen Und Zielmädchen Zielmädchen Zielmädchen